Ich habe noch eine Frage an Sie. Unliefer, ich fühle mich wie ein zweiter Käse durch Röschel von 16 Fragen. Weiß denn? Es schrittet vielleicht auch von widerbringlich schönsten Augen mit unseres Liebes. Aber vielleicht sollten wir euch heute Abend für ein Klauselstündchen besuchen. Keinen Schritt machst du mich nicht bei der Unternehmung. Tanzen nutzt aufregend. Ich bemühe mich wirklich. Ich weine mich bei den beiden. Ich weine mich bei den beiden. Ich fürchte, dass er liegt weniger an, als zwischen deinen beiden. Bei Ihrem ursächlichen Grunde gründet habt, weil ich dich so widersprechen würde. Liebe Lieben! Habt ihr euch viele gegründet? Oh mein Gott! War mein Volk auf der Beine? Wenn wohl! Oh, ich drohe mich! Auf all diese Fragen gibt es nur eine Antwort! Keine Ahnung! Wer dürfte Ihnen alle denn von der Liebe träumen? Ah! Von wem träumt er denn die Schmerz? Auf eine neue Frage? Ja! Die alte Antwort! Keine Ahnung! Wer ist verliebt? Sie sind in den Gedanken verliebt zu sein. Immer noch ein Begleiter! Ach, sie ist die Straßenschlatte! Such ihn, find ihn, bring ihn! Sechs Kirchen, drei Aufstaben, na klaro! Bei Eier liebe ich mit meinem Freund die kleine Mutter! Ah! Na woher soll ich wissen? Und dann werde ich heute versteckt! Aber eines würde ich gerne wissen. Warum sucht die andere als Romeo? Niemand glaubt um Romeo! Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Właahhhh! Wie ist das? 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 Wie? Wie wird das? Woher soll ich jetzt? Waaaaahhhh! Reienенным� uneven zu sein, aber nicht.